Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use-Tool für die Tutorials! Und für die Autoteile ist die Mr. Auto-App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendete Polk Autobatterie exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Batterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Um die Batterie entfernen zu können, muss die Haltestange abgeschraubt werden. Löse mit einer Ratsche und einem 10 mm Einsatz den Befestigungsbolzen, wodurch du den Haltestift aushaken kannst. Dann kannst du die Stange entfernen. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Nimm dir eine Ratsche und einen 10 mm Einsatz und entferne damit zuerst die negative Klemme. Sobald du die Klemme abgenommen hast, musst du sie weit genug vom Pol entfernen, damit sie sich nicht unbeabsichtigt wieder mit der Batterie verbindet, was die Fahrzeugelektrik beschädigen könnte. Mach dasselbe mit der positiven Klemme. Du kannst nun die Batterie herausnehmen. Schleife nun die Innenseite der Pole mit Schleifpapier ab, um die weiße Oxidschicht zu entfernen und langfristig heimtückische Pannen zu vermeiden. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stimmen von unseren Vertrauensverdinkenpartnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten Bolgteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm die neue Batterie. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch damit sie weniger oxidieren. Setz die neue Batterie ein und drück sie fest in ihre Halterung. Verbinde zuerst wieder den Pluspol. Schraube ihn mit einem 10 mm Maulschlüssel an und mache dann dasselbe mit den negativen Klemmen. Setze dann die Batteriehaltestange wieder ein und blockiere sie mit der Ratsche. Vorgang beendet Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke. Danke.